Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Batman Arkham Origins. Ja Leute wie ihr es seht in der letzten Folge habe ich gegen Deadshot alias leuchtflorten verloren dreimal sogar aber jetzt habe ich es eigentlich geschafft weil der ist nicht so leicht ich habe gedacht er ist leicht aber ist aber nicht so leicht aber ich habe das eigentlich geschafft ja wie es weitergeht Abo Like und los geht's von Angesicht zu Angesicht endlich obwohl ich sagen muss dass ich dich mir furchteinflößender vorgestellt habe du hast Gotham lange genug terrorisiert wenn das Schicksal heute meinen Tod vorsieht dann soll es so sein aber mach es bitte kurz das Schaden Leute flauten! Der Pinguin, der Bird, Shiva und der Joker. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Psychiopath, hochintelligent, unberechenbar. Und erhöhte Unterbrecherkapazität. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. So Leute, ich weiß jetzt, wo der Kartenbucket ist. Ich kann es euch jetzt mal zeigen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.